So, da bin ich wieder zurück mit einem kurzen Infovideo. Ihr seht schon, der neue Trailer zum neuen Crew-Paket ist da. Nämlich der, der jetzt als nächstes im... Was haben wir denn jetzt? März? Der im April dann kommen wird. Wir gucken mal gerade rein, gucken, was wir so alles sehen können. Also Abfahrt. Ah, die Pickaxe hatten wir schon. Viel gibt es eigentlich nicht zu sehen. Gefühlt hatten wir den Zinn schon. Die Sackierung gefühlt auch schon. Also wie gesagt, die Pickaxe war gefühlt schon da, aber die... Ah, krass. Da, die Sackierung machen die Werbung. Das ist immer wieder ein bisschen was anderes. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich von halten soll. Ich glaube, man kann im Hintergrund laufen. Also wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Gibt es sonst noch irgendwelche Leaks? Warte mal, wir müssen mal auf die Tanzfläche achten. Hallo, ich will auf die Tanzfläche. Ne, noch ein Stück zurück. Tanzfläche, irgendwelche Skins. Bum. Eigentlich nicht wirklich. Wie gesagt, Skin ist okay, aber das extra als Gruppaket, das hätte ich ein bisschen anders gemacht. Aber, ist ein netter Trailer. In dem Sinne, denkt dran, gerne Support da lassen, gerne Like, gerne Abonnen. In dem Sinne, euch auf jeden Fall noch viel Spaß und haut rein. Ich liebe's Zuschauer.